Junge, Brexit! Hä, was? Noch nicht abonniert, 70%! Wieso diese? Wie, 70% haben noch nicht abonniert? Ja, bitte! Leute, abonniert jetzt, wenn ihr das seht! Ja, war gut, sag ehrlich, war gut. Ey, war krass, Digga. War krank, Digga, war krank. So, mit meinem Mann, ich habe eine kleine Weisheit, das ist willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und ich muss mal sagen, heute machen wir wieder das Zeichnen-Video, denn ich zeichne heute meinen Loot mit Brexit! Hallihallo, meine lieben Freunde! Und zwar werden wir heute wieder unseren Loot malen, meine Damen und Herren. Die letzten zwei Folgen kamen so krass bei euch an, deswegen dachte ich mir, okay, wir starten rein nochmal mit einer neuen Runde-Brexit! Okay, ich bin auch schon bereit. Oder hast du dir schon irgendwelche Waffen aus dem Popo gezogen? Und heute, mein Lieber, heute werden wir unseren eigenen Loot malen. Nicht ich, dein und so, nicht diese Faxen wie letztes Mal. Aber war cool. War cool, also, falls ihr das abchecken wollt, guckt es euch nach dem Video an. Okay, Brax, wir haben wieder natürlich drei Minuten Zeit, oder willst du... Guck mal, drei Minuten sind echt knapp. Sollen wir fünf Minuten sagen? Nein, nein, wir machen das drei Minuten. Okay, gut, Leute, wir machen fünf Minuten. Brax, ich move dich raus, move dich wieder rein, wenn die Zeit vorbei ist. Und die Zeit startet in drei, zwei... Alter, ich habe mich nicht so schön rausgemuft, Freunde. Die Zeit startet schon. Und das Ding ist, die erste Waffe, die ich haben will, ist die Zielpistole. Die neue Zielpistole, die ist auf jeden Fall wild. Digga, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist doch hier so ein Laser. Hier, zack. Äh, Digga, äh, piu, piu, piu. Und hier ist dann ein Target. Wisst ihr, wie ich meine? Der trifft immer ins Schwarze so. Zack. Okay, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall eine Sniper. Ich möchte mit einer Sniper spielen. Ich glaube, das würde er sofort erkennen. Und vielleicht sogar Jagdgewehr. Anscheinend sind die Jagdgewehre wieder da. So, aber eine Pump will ich auch haben. So, eine Pump, damit er das in Farbe wieder checkt. Ich brauche eine Pump. So, das ist eine Pump, das checkt er doch hoffentlich. Okay, perfekt. Okay, Zielpistole haben wir. Warte, ich muss mein Bild suchen. Okay, mein Bild. Dann, Freunde, heute full SMG-Time. Ich sage es euch ehrlich. Und zwar will ich diese SMG haben, die so drei Salbenschüsse hat. Okay. Ich glaube, Braxis wird die erkennen können. Und jetzt kommt das. Und das ist voll fett. Und, Digga, ich habe keinen Platz mehr für das Bild. Bro, ich hoffe, Braxis erred das, Digga. Okay, die Waffe hat so. Sorry, dass ich auf die Seite gucken muss, Leute. Aber da ist meine Waffe, die ich zeichnen werde. Nachzeichnen werde. Okay, so. Dann haben wir hier noch das Magazin mäßig. Digga, wenn man das nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht, Digga. Dann ist man blind oder einfach nur fett. Okay, das ist die Pistole. Äh, die SMG, sage ich mal. Dann brauche ich Minis. Ich brauche Minis. So. Am besten so viele ich kann. Hier. Dann male ich das hier voll. Aha. Perfekt. Und damit er das auch wirklich checkt. Ich glaube, die Minis haben eine hellere Farbe hier. Ich nehme mal Orange. Dann checkt er das, dass das Minis sind. So. Und auch einen Biggie. Einen Biggie will ich auch haben. Hier. Und im Biggie sind so Blubberbläschen drin. Das kennt ihr ja doch alle sicherlich. So. Und das hat auch einen Deckel. Perfekt. Das ist mein Biggie. Sieht scheiße aus. Ich weiß. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch... Ich will ein Medaillon haben. Ich will diesmal... Ah, wobei, ein Medaillon ist eigentlich schlecht. Okay. Ich weiß, was wir nehmen. Wir nehmen, ähm, ein Biggie mit. Biggie, wichtig und richtig. Guck mal, den können wir sogar so ausmalen. Dann brauchen wir hier den Topf. Biggie nehmen wir mit. Wir brauchen nur Biggie. Medi brauchen wir auch eigentlich. Aber, wobei, wir können eigentlich auch nur Verbände mitnehmen. Weil Verbände sind leichter zu malen. Wir machen so. Zack. Zack, zack, zack. Guck mal. Und dann machen wir einfach so. So eine Spirale rein. Wisst ihr, wie ich meine? Dann hier so. Bro, wenn man das nicht checkt. Digga, ich bin Künstler sein Vater, Digga. So ein Ding ist das. Okay. Und ich brauche eine, äh, MP. MP. Äh, okay. Wie male ich eine MP? So. Ah. Eine MP. Wie male? Ach stimmt. So eine lange. Dann geht es hier so weiter. Dann machen wir das so. So. Das ist eine MP. Das checkt er. 100%. Dass das eine MP ist. Äh. Ein Scope. So. Okay, perfekt. Das ist eine MP. Entweder eine Pumpgun oder eine AR. Aber ich glaube, ich entscheide mich für eine AR, Freunde. Und zwar nehmen wir die AK. Okay. So. 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 Und dann hier runter. Zack. Runter. 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 So. Und dann so. Okay. Dann haben wir hier einmal das hier. Und das Magazin. Das ist ein bisschen geschwungen. So. Zack. Digga, das erkennt man schon an dem Magazin. So. Und dann hier nochmal den Schießeisen. Den Lachs hier. Junge, ich bin Pro-Zeichner. Merkt ihr das? Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Let's go, Freunde. Und das ist ein bisschen verbunden. Okay. Dann haben wir hier. So. Das hier. Dran. Und hier oben haben wir. Wieder so eine Kimme und Korn. Oh, Digga. Ich hoffe, der checkt das. So. Okay. Jetzt müssen wir die noch irgendwie anmalen. Äh. Hier ist rot. So. Ein bisschen rot. Dann ist hier. Unten ist schwarz. Oh mein Gott. Ich hoffe, der checkt das. Freunde. Es ist insens schwer. Müsst ihr mal selber mit euren Freunden ausprobieren. Aber es ist echt schwer. Und das hat hier eine Lücke. Oh mein Gott. Wichtig. Weil das hier hat keine Lücke. Okay. Die können wir auch nochmal. Oh. Die können wir nicht färben. Warte doch. Wir können hier. Ist so ein lilanes Ding. So Graffiti mäßig. Und dann mache ich hier. Ich schreibe hier einfach Graffiti drauf. Graffiti. Schreibt man so? Ich weiß es nicht, Freunde. Eine Minute. Da haben wir noch Zeit. Die Pistole. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Weil ich habe die jetzt nur aus dem Kopf gemalt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Items. Okay. Das sollte eigentlich schon reichen, Freunde. Und wir haben noch eine Minute Zeit. Okay. Pass auf. Ich sage einfach jetzt Stopp. Ich sage einfach Stopp. 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 Brexit. Hast du was Krasses gezeichnet oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Loots habe ich gemacht. 8? Hast du gemalt? Und noch eine Überraschung für dich. Ja. Oh mein Gott. Okay, Freunde, dann will ich mal sagen, wir zeigen Brexit zuerst mein Loot. Okay. Bevor wir in deins gehen, Brex. Okay. Und zwar. Warte, ich mache die Stream an. So. Okay. Du siehst jetzt meine Waffen, ja? Ja. Okay. Wir fangen mit dieser Waffe hier an. Ups. Warte. Mit dieser hier. Das ist eine... Also, das ist so. Warte. Das gehört so zusammen. Ah. Du zielst also auf eine Zielscheibe. Das hat nicht wirklich jede Waffe. Warum zielst du auf eine Zielscheibe so dumm? Wer weiß. Was ist das für eine Waffe? Sag jetzt. Uuuh. Ich weiß es. Ja. Welche? 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 Das ist diese neue Aim-Bot-Waffe. Let's go. Okay, Brex. Digga. Lucky Picasso. Okay, die erste Waffe haben wir hier richtig geraten. Okay, Brex. Was ist das hier? Das hier. Äh. Das ist eine Granate. Blau. Ja. Granate. Du hast da so ein... Du hast da so ein Dings gemacht. Es ist ein Biggie. Du spast. Es ist ein Biggie. Warum machst du den Biggie denn auch voll in blau? Du Vollidiot. Hä? Ein Biggie ist halb voll. Oh mein Gott. Deswegen denkst du Granate. Denkst du deswegen Granate? Oh ja. Ich schwöre auf alles. Ich dachte Granate. Ey, ich glaube, ich werde in diesem Zeichnenformat niemals Blue Life haben, glaube ich. Niemals in meinem Leben. Bro, du hast da so ein... Du bist so ein Opfer. Wirklich. Ey, eine Granate zieht man so raus. Boah, was ist das für ein Griff? Das ist da. Das ist da, Bruder. Das ist da. Vertruh mir einfach. Okay, Brex. Egal. Egal. Die Waffe kriege ich nicht. Okay. Diese Waffe hier. Was ist das? Ja, das ist sehr gut gezeichnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine MP. Welche? Die Salve oder die normale? Das sieht aus wie die... Sack Salven. Diese Dreischuss. Check, Digga. Let's go. Okay, Brex. Okay, also wenn du das hier jetzt nicht irrätst, ne? Das hier. Also, guck mal, ich sag dir ehrlich. Wie sieht das für dich aus? Ein Medipack. Bandagen. Er sagt Medipack. Es sind Bandagen, Bruder. Ich hab echt Bandagen. Warum ist deine Bandage viereckig wie ein Medipack? Du dummes Stück Scheiße. Was siehst du hier? Nicht diese Layers von Bandagen. Aber wo ist das viereckig und dann kommt ein Layer? Sag mal, welcher Minecraft-Stadt? Okay, danke, Digga. Was ist das für eine Waffe? Halt dein... Was für Minecraft-Stadt? Äh, Part-Night. Part-Night? Part-Night, Digga. Was ist das für eine Waffe, Brex? Ja, das ist ganz einfach. Was ist das? Nein, Liebling, das ist eine, äh, Sturmgewehr-Waffe. Welche? Das ist, äh... AK oder Ska? Du magst AK, das ist eine AK 100%. Check, Digga. Ich hab drei Waffen, ich hab nicht mal was zum Healen. Danke dafür, Bro. Danke dafür, ehrlich, Brex. Das ist doch kein Problem, Mann. Du kleiner Pisser. Okay, Freunde, jetzt errate ich deinen Loot, Brex. Oh, Scheiße. Mach an, Junge. Mach an. Okay. Hier, bitteschön. Okay, Brex, wir sehen... Digga, was hast du für eine Kacke gemalt? Junge, bist du dumm? Ich hab Sonne gemalt und Berge. Hä? Er meint Sonne und Berge dazu, Digga. Was ist ein Dummkopf? Okay. Ja, fang an. Wo fangen wir an? Mit dieser Waffe. Pumpgun. Ich mach in rot. Pumpgun. Ja, sehr gut. One-Shot-Pump. Ja, One-Shot-Pump. Okay. Das ist richtig. So, dann machen wir weiter. Ich mach mal das Rote nochmal weg, damit du das hier siehst. So. Was ist das für eine Waffe? Auch super easy. Bruder, warum ist da... Das sieht aus wie ein Granatenwerfer. Ich sag Granatenwerfer. Was ist das? Granatenwerfer soll in dich reingehen. Bruder, was ist dieses Runde? Das ist eine MP, Digga. Welche Granatenwerfer hat unten so ein Lauf? Welche MP ist Runde vorne? Oder hinten? Keine Ahnung, wo das sein soll. Derjenige verurteilt mein Gemaltes, der ein Medipack Bandagen in Viereckig macht. Bitte. Ey, die Zuschauer haben das safe erraten. Bitte. Schreibt mal in die Kommentare jetzt, ob ihr es erraten habt. Und wenn ja, schreibt Hashtag Brexit ist dumm. Danke. Okay, nächste Waffe. Okay, das ist super einfach. Also wenn du jetzt... Guck mal. Wenn du jetzt was... Junge, verarsch mich jetzt. Guck mal, das Ding ist, jetzt bin ich ein bisschen irritiert mit dem anderen. Aber das ist eine Sniper, oder? Ja, das ist ein Sniper, richtig. Okay. Jetzt das da unten ist auch ein Sniper. Genau, aber das ist eine neue Sniper, die neu dazu gekommen ist. Vielleicht weißt du das nicht. Dann wäre das unfair gegenüber mir. Ist mir egal. Aber es ist auf jeden Fall eine Sniper, die lang ist und keinen... Nö, weiß ich nicht. Ich sag... Dann sag. Ich sag, es ist eine... Es ist Pumpgun. Ich hasse dich gerade so sehr. Ich weiß nicht, mach weg das. Das ist Jagdgewehr, Junge. Ist drin? Ja. Ehrenloser, okay. Okay, das ist ein... Äh, Kopfhörer. Es sieht aus wie Kopfhörer. Nein, das sind diese Schwinglinge. Das ist doch klar. Das ist klar. Das sind die Schwinglinge. Okay. Okay. Was ist das? Das hier? Warum ist das oben gelb jetzt? Weil das... Du hoffst, dass sich jetzt Biggie sagt, ne? Nein, aber ich hatte keine andere Farbe, die das beschreibt. Aber das ist ein bisschen heller. Das ist Silber. So wie ich's gemalt hab. Ja, was ist das hier? Sag. Das ist ein Biggie. Oben sind... Warte mal. Das könnten Minis sein oder diese Stromgranaten. Uh, ja, okay. Okay, vielleicht hab ich Scheiße gemalt. Was sagst du? Ich sag Stromgranaten. Du weißt, dass das Minis sind. Das hast du mit Absicht gemacht. Okay, das... Bro. Guck mal. Okay, ich hab mit Absicht gemacht. Komm, das sind Minis. Nein, nein, ist okay. Nein, sind Minis. Nein, sind Minis. Check. Mach. Wir wollen ja nicht ehrenlos werden, oder? Jetzt noch schnelle Welle. Guck mal. Ich hab ne Pump, ich hab ne Sniper. Was brauch ich jetzt noch? Bruder, was hast du... Das sieht aus wie nen Vogel, Bruder. Das sieht aus wie Lugia, Digga. Einfach Tabaluga gemeint, Digga. Was ist das? Ja, versuch's zu erraten. Ich kann dir nicht helfen. Junge, hör auf, Digga. Gibt's Scoped AR drin im Spiel? Wie oft haben wir Scoped AR gehabt, Digga? Äh, bist du dumm? Hempi, mehr kannst du doch gar nicht mehr tragen. Ja, eben. Deswegen, was könnte... Welche Waffe könnte das sein? Ja, ich sag, es ist Lugia. Was ist Lugia? Pokémon. Das ist ne AK, siehst du nicht den Lauf, Alter? Ach, stimmt! Der Lauf, Digga! Ja, okay, AK, aber... Digga, Bro, aber was ist das? Auch hinten und so und vorne. Sieht aus wie ein Stabel. Danke. Ich freu mich auf diese Runde, wirklich, danke. Okay, Freunde, wir gehen rein mit unser Loot und let's go. So, Freunde, let's go mit der Runde und wir landen in Hazy Hillside. Brackis, bist du ready? Ich bin ready. Und ich seh hier schon ne Pumpgun, die ich nicht benutzen darf. Ich auch nicht, Mann. Ich hab die falsche Pump gemalt, ich sag dir ehrlich. Digga, hier ist diese Sniper gewesen, wo du hattest. Okay, wo ist die? Wo bist du? Was heißt hier? Das sag ich dir nicht. Wir spielen doch... Wir müssen doch... Das ist der Sniper hier. Blau. Das Spiel ist... Das Spiel ist... Guck mal, wie mir hier verbannt aussieht. Wo in aller Welt ist das Spiel, AK? Mit oben Schnörkel und so, du Affe. Aber wo ist das Spiel, AK? Hier ist einer. Abi, Abi, Hilfe! Ich hab ne AK. Ich hab keine AK. Komm, die helfen, kein Problem. Bruder. Ich hab ne Pistole. Ich kann... Er will mich pickaxen. Ich muss alle Waffen aufsammeln. Er verfolgt mich, Bruder. Klass ihn. Wo ist er? Komm her. Er ist unten irgendwo. Er hat keine Waffe. Oder vielleicht hat er jetzt ne Waffe. Abi, One-Shot, Nose-Cop. Guck unten, guck, guck. Bro, ich hab keine Waffe. Okay, ich hab meine Pump gefunden. Ich hab Biggie gefunden. Let's go. Hallo, geh mal weg. Nein, 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 nein. Bruder, bitte. Ich hab hier so viele Waffen, die mir nicht gehören. Bro, kannst du für mich so ein Ding abschießen? Ich brauch ne Waffe unbedingt. Okay, was soll ich abschießen? Sag mal, sag mal. Diese hier. Drohne. Komm. Ich mach's selber. Wer bist du? Denkst du, ich brauch dich? Dankeschön. Nein. Oh mein Gott, das ist sogar meine SMG. Let's go. Okay, Freunde. Nicer Dicer. Und wir brauchen noch ne AR und die Zielpistole. Hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Wo? Hier bei mir. Ich seh, ich seh. Glacimia. Ehrenlos. Danke, dass du ihn mir gelassen hast. Gern geschehen. Danke für den ganzen Lutz. Warum machst du? Ich hab kein Dings. Warum machst du? Okay, wir können in den Vault gehen. Sehr gut. Warte, ist das meine? Oh nein. Der hat ne Pump, aber schießt, als ob Dings wäre, Bro. Kein Sinn. Hier ist ne Pumpgun. Oh nein. Ich krieg meine Waffen nicht. Sehr schön. Warte mal. Hier sind doch irgendwo auch Slurps, oder nicht? Die ich benutzen kann. Ja, hier sind vielleicht Slurps drin. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo, 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 hallo. Okay. Oh mein Gott. Darfst du dich nehmen, darfst du dich nehmen. Hier sind aber Klingen, Bro. Dieses Sniper darf ich auch nehmen, oder? Diese Palm, äh, diese. Ne, die darf ich nehmen. Ah, let's go, Digger. Okay. Oh, ich bin schon reich. Wir brauchen auf jeden Fall. Hä, verbessere doch deine Waffe hier. Bist du dumm? Ja, kann man. Ja, hier an der Wand. Warum lächst du immer weg? Wo denn? Da kann man nicht verbessern. Links an der Wand, Junge. Du bist so ein Hund, Digger. Du bist so ein Hund. Egal, Freunde. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir gehen wirklich weiter, ne? Oh mein Gott. Das denkst du dir, ich gebe das Brett? Hier ist Heilung. Komm her, hier ist ein Heilungsautomaten. Den darfst du ja benutzen. Ah ja, stimmt. Den Heilungsautomaten für benutzen. So. Zack. Bring mir aber nicht, du Opfer. Du kannst doch Blue nach rechts machen. Man kann nicht Blue. Doch, nach rechts. Wo nach rechts? Steig jetzt ein. Steig jetzt ein. Wir gehen ins Gegner suchen. Warte kurz, warte. Hier wird geschossen. Hier? Ja, hier, komm jetzt. Steig ein, steig ein. Steig du ein. Fahr. Okay. Wohin? Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Sicher. Rechts, rechts. Ja, 100 Prozent, Bro. Geradeaus, 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 geradeaus. Da oben. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Oh, da, da, da. Guck mal, die sind auf dem Berg. Da oben. Sniper, Muni? Ja. Überfahr sie. Überfahr ihn. Äh, warte, warte, warte. Überfahr ihn mit dem Auto. Booster. Boah, okay, Digga. War nix, ja. Hab ihn. Du schaffst das. Hab ihn. Sehr gut. Hast du beide? Ja. Okay, richtig und richtig. Sniper, Muni? Ja, hab ich. Weil du brauchst die ja eh nicht. So, ich... Gut, Muni. Äh, hier, Sniper, 12 Schuss. Dankeschön. Ey, such mal deine A-Bot-Waffe, ja? Die ist voll geil. Ja, Bro, wo gibt's die denn? Ich hab keine Ahnung. Hast du echt? Nein, Junge. Du kleiner 31. Du kleiner Hund, Digga. Ich weiß selber nicht, wo es die gibt, Mann. Ich hab auch keine Ahnung. Sag dir, Öli. Hier ist... Hier, 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 hier. Was, was, was? Oh mein Gott, wichtig. Und richtig. Da, aber hinten wurden nochmal geschossen, Bro. Verdruh? Hier hinten irgendwo. Hier sind Gegner. Oha, wo die Zone ist, Bruder. Du darfst MP, oder? Ja, aber ich hab schon drei Stück. Hier ist eine blaue, richtig krasse, mit Laser und alles rum und dran. Echt? Ja, ich schwör. Wo? Mark hier? Kann ich nicht. Digga, du bist so ein Lost Boy. Wirklich, warum spiel ich mit dir Battle Royale, Bruder? Das ist die falsche, du Affe! Ach, ja, wo soll ich denn wissen? Ich hab dich doch gefragt. Wo gehen wir jetzt hin? Komm, komm! Oh, Mann, ich wollte... Oh, ich hätte Schildwaffe malen sollen. Äh, in die Zone am besten, Bro. Und dann werden wir das Ding hier jetzt zerfetzen mit gemalten Loot, Bro. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Halt dich fest. Okay, ich halte mich fest. Fahr einfach. Wo bist du? Ich bin schon Seilzug. Hä, Junge? Mach's gut, Bruder! Mach's gut, Bruder! Okay, und... Boom! Badabang, badapau! Okay, ich bin schon auf die Zone. Braxis kommt gerade mit Motorrad. Oh, oh, da ist einer! Schade. Hast du ihn? Nein, 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 der ist ganz hinten, Bro. Hier, bei mir, bei mir ist einer! Ich komm, ich komm, ich komm! Snap ihn weg. Ich rutsche den Berg runter. Auf Lock. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hab ihn genockt. Du warst viel zu lange. Wo bist du? Bruder, ich war auf Berg. Wolltest du einmal sitzen auf Berg, ne? Da ist noch einer, da ist noch einer rechts. Du wolltest sitzen auf Berg. Da ist noch einer rechts irgendwo. Ja, da ist einer. Killing, 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 killing. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er schießt noch nicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Let's go, Baby! Let's go, Junge! So ein Ding ist das. So will ich Hodoman sehen, Digga! Stell auf, ich zeig dir einen Trick. Vertraue, vertraue. Okay, ich vertraue dir. Okay, zeig mir. Zeig Trick. Warte, warte. Kommt jetzt, kommt jetzt. Ja? Kommt jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt. Ja? Halt dich fest. Ich halt mich fest. Zeig. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Zeig! Warte, oh ja, guck, hör auf, mich gestresst. Ich hab nichts gestresst. Was soll das für ein Trick sein? Guck jetzt, guck jetzt. Junge. Guck mal, Genickbruch einfach. Einfach Genickbruch. Es ging mir um das Parken. Es ging mir um das Parken. Es ging dir um gar nichts, Junge. Okay, wir sind Reckless Rackrace. Okay. Ey, sag mal ehrlich, es hört sich doch auf wie so eine Harry Potter Stadt, oder? Reckless, Reckless Rackrace. Das hört sich an... Oh, Schüsse, Schüsse für uns. Die machen Boss. Oh, stimmt. Lass ihn mir, schnell. Komm mit. Hä? Oh, mein Gott. Chill mal ein bisschen. Oh, mein Gott. Digga. Er ist fast tot, er ist fast tot. Ja, ich bin auch fast tot. Wo ist er denn jetzt, Digga? Ist mir egal. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Wo ist er? Hier unten. Ganz unten? Oder ist er da oben? Oder wo ist er? Hier bei mir! Willst du nicht sterben? Nein. Hab ihn, hab ihn. Hast du ihn? Ja, sein Maid noch irgendwo? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ohne Gnade. Ja, ja. Sehr gut. Oh, mein Gott. Vollstrecker zum Sturmgewehr. Da oben, 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 oben. Zweit, zu zweit. Die pushen. Vorsicht, Bruder. Ja. Die sind ein ekliges Team. Er hat Helder. Er ist fast tot, Bruder. Er hat links. Okay, ich geh, ich geh, ich geh. Einer ist fast tot. Einer ist gut gelasert. Der aber nicht. Der linke. Ich komm mit. Hab einen, hab einen. Hast du ihn? Ja, ich hab einen. Ist er da drin? Ich muss von beiden Seiten gehen. Ja, nice. Oh mein Gott, Digga. Okay, Metallio dürfen wir leider nicht aufsammeln. Darfst du diese MP hier? Was? Darfst du die hier? Nein, die Dreischuss nur. Das ist nicht die Dreischuss. Ich wurde hardcore gesteepiert. Ich seh, ich seh sie, ich seh sie. Da oben. Sie versuchen uns abzusnipen. Bro, ich sag dir ehrlich. Ich hab Sniper. Pass auf jetzt. Bro, wir könnten... Bro, 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 Bro. Vorsicht. Bitte sterb nicht, Bro. Okay? Kannst du mich hier holen? Die können mich hier nicht pushen. Natürlich pushen die dann. Rechts schießen auch noch Leute. Pass auf, Bro. Die haben gerade Ärger. Pass auf! Ja, chill doch. Ich hab ihn gelockt. Okay, okay, okay. Ich mach Feierabend kurz einmal. Haben die dich geldet? Nee. Nee. Bro, lass mal weg hier. Komm. Egal, egal. Lass weg. Komm, komm, komm. Mit Sniper brauchen wir uns nicht dingsen, wenn ich keine Sniper habe. Du weißt, ich würde das komplett habsnipen. Darf ich Gemüse essen, wenn ich hungrig bin? Nein. Aber wieso? Weil. Gemüse ist ja kein Loot. Hä? Doch, hä? Oh, oh. Wo? 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 Bei mir? Ich lauf weg. Lass doch zusammen. Ich bin doch direkt neben dir. Ich geh nur auf der anderen Seite. Ich hab Angst. Ich sag dir ehrlich. Wo, wo, wo? Ja, geh weg einfach. Die fahren direkt hinter mir. Okay, okay, okay. Lass das Auto nehmen. Benzer, Benzer. Fahr dich. Ja, ja, let's go. Hinten ist Lambo. Hinten ist Lambo. Ich fahr. Let's go. Steck ein. Wo fahren wir hin? Zum Benzer. Sollen wir die irgendwie holen oder sollen wir nicht holen? Ich bin 12 HP. Also, wenn du dich das draußen kommst. Du bist 12 HP? Bro, ich hab dir gesagt. Guck mal, er hört nicht auf mich. Ich hab ihm gesagt, er soll nicht pieken. Was macht er? Hier wird geschossen, geradeaus. Geradeaus wird geschossen. Fahrt. Wir gehen da hin. Ich hoffe, ich hab alles nachgeladen, Bro. Links, links, links. Ich seh, ich seh. Da oben sind die, da oben. Die sind bei, äh, hier. Wie heißt das? Friedhof. Ne, da, vor uns. Oh mein Gott. Das war immer so schlecht. Hab ihn getroffen. Nice. Ich hab ihn totgefahren. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Schön. Du darfst doch trotzdem ihn nicht nehmen, hä? Steck ein, steck ein. Hier ist noch jemand. Hier, hier, auf der anderen Seite. Hinter uns, hinter uns auch, hinter uns auch. Vorsicht. Oh mein Gott, fahr. Was machst du? Fahr du. Wo ist der denn? Wo ist der? Weiß ich wirklich gerade nicht. Oben. Über uns. Bro, ich kann so nicht aimen. Wo ist der? Darf ich Fisch essen? Nein. Wie sollen wir denn gewinnen? Bro, er ist schlecht, er ist schlecht. Fahr zurück. Er ist schlecht. Lass den hopsen, der ist alleine. Warum fahren wir weg wie so Dummköpfe? Weil ich zwölf HP bin immer noch. Wo ist der? Oben ist noch einer. Oben ist noch einer. Knall ihn ab. Knall ihn doch hier vorne ab. Bro, dein Ernst? Wenn ich jetzt wegen dir sterbe. Hab ihn. Oben ist noch einer. Was nervt er denn da oben jetzt? Bro, wegen dir, weil du so dumm gefahren bist, Bro. Hab ihn. Hab ihn oben. Alles gut. Ey, ich brauch dich, Sniper, Mully. Warum hebst du dich auf? Bruder, ich kann dir doch droppen. Komm her. Hier, 50 Schuss, Bruder. Deswegen dir unser Auto kaputt, Junge. Da war noch irgendjemand. Hä, unser Auto funztiert doch noch. Er schießt auf Reifen, der Dummkopf. Komm, Bro, wir haben gute Chancen, das Ding hier zu holen. Mit Kackwaffen. Hier, guck mal, ich darf dir doch geben. Was darfst du mir geben? Darfst du mir nicht... Nein, ich darf ja nicht nutzen. Wir brauchen... Nein, nein, wir brauchen... Oh mein Gott, ich dachte, hier sitzt einer drin, Digga. Wir brauchen Container, Bruder. Unbedingt, Leute. Wir brauchen Blue Life. Unbedingt. Ey, warte, Zug kommt. Ist da jemand? Ich hab gefunden, ich hab gefunden. Komm her, komm her, komm her. Ich komm, ich komm. Oh mein Gott. Wichtig und richtig. Gib ihm. Komm, näher ran, näher ran, näher ran. Gib ihm, gib ihm. Ich bin doch schon... Stell dich drauf, stell dich drauf. Genau, genau. Sehr gut. Okay, nice. Ich bin aber nicht Blue Life, leider. Wäre nicht schlecht. Scheißegal. Ja, ich bin voll. Okay, Freunde. Aber es läuft schon mal richtig, richtig gut für uns, würde ich mal sagen, Brekkis. Also, wenn wir nicht den epischen Sieg holen, sind wir Lutscher. Ja. So sehe ich das auch. Also, schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um herauszufahren. Herauszufahren. Ja, wir fahren raus, Digga. Wohin fahren wir, Bruder? In Urlaub, wohin? Um herauszufinden, ob wir echte Lutscher sind. Ist so. Also, ich nicht, aber Brekkis ist halt ein Lutscher. Du bist ein Lutscher, hä? Ich brauche Waffen-Mods, Bro. Waffen-Mods, ne? Epic Games, ja. Ihr habt das gehört. Ah, bitte erstellt TikToks. Also, Junge, ich meine für... Leute, alle einen TikToks, bitte, wo er so sass sagt. Ich brauche Waffen-Mods. Bitte. Bitte, Leute. Tut mir den Gedanken. Hey, du kleiner Hund, Digga, warte. Du wirst doch sehen, Digga. Hier ist ein Lambo. Oh, ja. Ich sehe ihn. Oben ist nochmal ein frischer Lambo. Digga, Zone kommt. Ich gehe. Digga, hol du Lambo. Ich bleibe hier. Geh mal weg. Warum soll ich Lambo holen mit weniger Grün, hä? Du hast aber Schild. Du hast bestimmt mehr Leben als ich. Ja, hast du. Guck mal, du bist full life. Hab ich ja auch, hä? Guck mal, hier sind Autos, Bruder. Okay, Freunde, es wird intens. 16 Leute sind noch am Leben. Ich glaube, jetzt sind echt nur noch eklige Schwitzer drin. Die sind oben, die sind oben, die sind oben auf dem... Schwör? Ich schwöre, die sind hier oben. Hier, auf der Insel. Wo, wo denn? Auf der Insel, auf der Insel. Ich sehe da keinen. Aber guck mal, hier hinten wird auch geschossen und übel viel gebaut. Sollen wir die holen? Lieber? Oder sollen wir hochgehen? Wir haben gerade das geholt. Wir gehen jetzt da drüber. Ich kann keinen Nahkampf machen. Warum willst du Nahkampf machen? Warum kannst du keinen Nahkampf machen? Du hast so eine Puppgarn. Du hast die beste Waffe für Nahkampf. Hä? Junge, bist du irgendwie los? Wenn die MP haben, was dann? Ja, hast du Pech? Also habe ich die besten Waffen, ne? Guck mal da, links, links, links. Bleib stärker aus, die See hören dich doch. Boah, er hat mich nicht gehört. Er hat mich gehört. Er hat sich gehört. Schieß auf, schieß auf, schieß auf. Bro, bitte, Briggs, was machst du denn? Jetzt wird er gepusht, Digga. Wie kann der nicht sterben? Ich bin so bad. Ich glaube an dich. Für immer und ewig. Du bist mein Schatz. Wo ist denn der Dummkopf? Weiß ich nicht. Aber rette mich bitte. Auf Freundschaftsbasis, so auf süß. Sei einfach leise. Du musst leise sein, Briggs. Über dir, über dir. Er ist schon da. Ja, nein, wirklich? Briggs. Was machst du da? Wie bist du denn gestorben mit Pump? Freunde. Was für Pump? Was für Pump? Du hattest Waffen. Ich bin gestorben gegen den Lutscher. Die waren echt schlecht. Ich weiß nicht, wie wir gestorben sind. Aber Freunde, ich muss sagen, an der Stelle, lasst einen Like da, lasst einen. Oder checkt meinen Freund Brexit aus. Und ich muss sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und falls du jetzt mein Video nicht abonnierst und meinen Kanal nicht abonnierst, dann kommt mein Drucker zu dir nach Hause. Und ich sag dir ehrlich, der hat 15 Messer in seiner Hosentasche. Stimmt's, Drucker? Ja, man, abonniert uns und steh ich euch ab, Alter. Hat er gesagt. Nicht ich.